Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder auf Reefer Games, aber wir werden hier nicht lange bleiben, denn ich würde sagen, wir wechseln jetzt einfach mal direkt auf die Seite und zwar, denn wie ihr vermutlich wisst, ist heute die Verlosung und ich habe ja auch schon eine Seite rausgesucht und ja, wenn ich jetzt drücke ich einmal hier auf Kommentare filtern und ich habe auch gemacht, dass doppelte Kommentare nicht gefiltert werden, das heißt, jeder ist nur einmal im Lostopf, sag ich mal und dann gucken wir doch einfach mal. In der Zeit kann ich mal hier ingame kurz disconnecten, sonst würde ich die ganze Zeit einen Pling. Gut, jetzt kann ich einfach mal den ersten auslosen und ja, dann gucken wir doch einfach mal, wenn jemand doppelt reinkommt, dann gilt das nicht, der wird dann nur einmal gewinnen und der erste ist Tomogag. Dann gucken wir, es wird wieder jemand zufällig ausgelost und der Gewinner ist... der nächste ist... Unglaubliche. Und der dritte ist... Hauptphase YouTube. Der vierte ist Silas Zockt und Seth Sparky hat gewonnen. Das war jetzt der fünfte, dann machen wir jetzt einmal den sechsten. Und der sechste ist... Betten Gang Griefer Games Spiele. Ich habe gesagt, ihr solltet die ingame reinschreiben, dann müssen wir jetzt einen anderen auswählen. Das tut mir jetzt echt leid für dich, aber ich habe die Anweisungen deutlich im Video gesagt, wenn ihr euch dann nicht dran haltet, guck mal so, das reicht ja hier, hashtag 10k ingame Name. Das reicht vollkommen aus. Hashtag 10k ingame Fabian Zockt HD. Und der Gewinner ist... Hashtag 10k Zeno 1. Und der vorletzte ist... Luca Pfister. King Feli. Okay Leute, und da habe ich auch schon ein Schritt gemacht. Einmal hier die Gewinner. 10k bei mir melden. In Klammern meinen ingame Namen. Und ja, das sind nochmal die glücklichen Gewinner. Ich kann einmal hier so langsam langsneaken. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal gucken, ob ihr dabei seid. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dass ich auch so eine Verlosung mache, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert mich gerne. Aktiviert auch gerne die Glocke. Und dann würde ich sagen, war es eigentlich schon mit dem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.